Mein Name ist Sepp Spielbüchler und wir wollten einen Garten verschönern 2019 und da war immer unsere Sache, wir wollen einen Garten da, das was zu ist, dass wir einen abgeschlossenen Bereich haben. Und dann haben wir uns ein bisschen informiert, ein paar Firmen kontaktiert und in dem dass die Firma Limes in Litzen ist, das was unser nächster ist, sehr gut die Referenzen gehabt hat, habe ich mit dem Chef mit Bernd zusammen telefoniert, der ist gekommen. Wir haben das ganze geplant und wenn man so schaut heute, sind wir sehr glücklich, eine wunderbare, schöne Einfahrt und ein schönes Tor. Ich sage einmal, weil es einfach von der Wartung her das Gescheiteste ist, weil Holz muss nicht mehr streichen und Flügeltüren, da braucht es wieder mehr Platz und so wie die Arno Schiebetür mit der Einhausung, vor allem wir haben im Winter einen Haufen Schnee auch da, ist sicher das, wo wir nichts mehr zu tun haben. Es kostet auch mehr Geld, aber dafür hat es sich dann sauber. Ja, von Anfang an, von der Planung weg bis jetzt zum Schluss ist halt wirklich alles top funktioniert. Gut ausgemessen worden, der Mauer hat alles richtig gemacht und von der Montage her war absolut gut, schnell und sehr sauber. Also die Firma Limes kann man absolut empfehlen. Überdi Untertitelung des ZDF, 2020